Guten Morgen meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion im Zuge der Praxistage 2022. Ich hoffe auf zahlreiche Zuseher zum Thema Innovationen in der Digitalisierung und IT. Ist Europa noch konkurrenzfähig? Ich darf die Teilnehmer an dieser Diskussion kurz vorstellen. Ich beginne mit unserem Gast aus der Schweiz, dem Herrn Daniel Hitz von der Firma Spanset. Die Firma Spanset ist ein Anbieter von sicheren Produkten und Systemen und Dienstleistungen in den Bereichen Heben, Ladungssicherung und Höhensicherung. Der nächste Gast ist der Herr Leo Hintersteiner von der Walter Group. Die Walter Group ist ein Unternehmen, das aus den Firmen LKW Walter, ContainerX, Walter Business Park, Walter Immobilien und so weiter, so wie Walter Leasing besteht. Als nächstes stelle ich vor den Herrn Wolfgang Schienagel von der Wirtschaftskammer Steiermark. Die Wirtschaftskammer ist laut Eigendarstellung auf der Homepage der Themenführer in der Interessensvertretung der österreichischen Wirtschaft und setzt deren Interessen um. Der nächste Gast ist Herr Henning Kühn von der Firma Otis. Die Otis Elevator Company ist der weltweit größte Produzent für Aufzugsanlagen und beschäftigt in Österreich rund 600 Mitarbeiter. Als letztes möchte ich vorstellen den Herrn Hans-Peter Schaubmeyer von der Firma Hacker Küchen. Hacker ist vor allem für Küchen bekannt, bietet aber auch begehbare Kleiderschränke, Bücherregale, TV-Boards, Badezimmermöbel und vieles mehr. Nach dieser kurzen Vorstellung darf ich wieder mit dem Gast aus der Schweiz beginnen und ja, ist die österreichische Gastfreundschaft. Und Ihnen zunächst einmal die Frage stellen, wie weit ist in Ihrem Unternehmen die digitale Transformation fortgeschritten und welche Wettbewerbsvorteile erwarten Sie dadurch für die Firma Spanset? Die digitale Transformation hat für uns in der Spanset Anfangs 2020 begonnen. Also wir sind noch ganz am Anfang. Wir sind eigentlich faktisch gesehen eigentlich noch bei Digitalisierung 1.0. Das heißt, die Spanset hat sehr gerne Papier. Ich denke, es geht vielen KMUs in der Industriebranche in etwa ähnlich. Ich sehe das Problem bei uns in der Schweiz auf alle Fälle überall. Man will digital gehen, ist aber noch in den Prozessen sehr papierlastig. Der Schritt in die Digitalisierung bedeutet uns für uns schlussendlich nicht mehr als mit der Technik mitzuhalten und mit der Konkurrenz, mit der Technik und der Konkurrenz mitzuhalten und nicht den Anschluss zu verpassen in der digitalen Welt. Herr Hintersteiner von der Firma Walter Group, die ja auch international tätig ist, stellen. Wie sieht das bei euch aus mit dem Fortschritt der Digitalisierung? Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir sind eigentlich auch schon einige Jahre sehr stark jetzt auf einer Reise weg von der klassischen Automatisierung in unseren Bereichen, wirklich zu einer Transformation. Und seit zwei Jahren denken wir sehr stark auch über eine digitale Spedition nach. Und jetzt haben wir den Vorteil im Transportwesen, das uns Disruption nicht so stark trifft. Das heißt, Güter müssen nach wie vor befördert werden, solange wir sie nicht beamen können. Auf der anderen Seite merken wir aber natürlich, dass viele junge Startups gerade in unseren klassischen Speditionsbereich eindringen und eben Kunden mit Rechtern, also Transportmitteln dahinter verbinden. Und das ist unser Hauptschwerpunkt eigentlich, das zu transformieren. Also immer mehr sprechen wir natürlich aus der IT heraus in diesen Driving Seat und versuchen, diese digitale Spedition aufgrund von der IT-Technologie weiter voranzutreiben. Und damit werden wir ja auch immer mehr ein bisschen Konkurrenz innerhalb des Hauses, das klassische Disponenten hat und die natürlich auf der einen Seite mit dem Kunden und auf der anderen Seite mit dem Frechter telefonieren. Und auf dieser Reise befinden uns schon einige Jahre und haben noch vieles vor uns, gerade in der Logistik und im Transportwesen ist viel Haufholbedarf. Wir haben es gehört, in der Schweiz viel Papier, also auch beim Transportwesen. Es gibt nur immer ein CMR, einen Frachtbrief. Und obwohl es schon viele Jahre technische Lösungen gibt, ECMR, viele Länder ratifizieren das nicht, weil sich die Regierungen da auch immer querlegen. Also so viel ein bisschen zu unserem Thema. Okay, die selbe Frage richte ich jetzt an den Herrn Kühn von der Firma Otis. Ja, dann auch guten Tag von meiner Seite. Bei uns ist es sicherlich ein relativ schwieriges Thema aufgrund einfach der Konzerngröße. Also bei uns gibt es auf der einen Seite natürlich den Treiber aus dem internationalen Umfeld, die natürlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr verstärkt auf die digitale Komponente setzen, auch was unsere Aufzugsanlagen anbelangt. Auch da schreitet die Digitalisierung voran. Und auf der anderen Seite, das was ich natürlich primär verantworte, sind natürlich die lokalen Gegebenheiten, wo wir uns tatsächlich insbesondere eigentlich auch seit diesem Jahr nochmal wirklich ganz stark darauf fokussiert haben, wirklich die digitale Transformation voranzutreiben, um unsere Prozesse zu beschleunigen, um unsere Prozesse auch zu also End-to-End zu digitalisieren, weil ich häufig auch wahrgenommen habe in der Vergangenheit, dass Prozessschritte zwar digitalisiert worden sind, aber es keine End-to-End-Betrachtung gegeben hat. Da kümmern wir uns im Moment wirklich sehr, sehr, sehr stark drum. Und das hat sich natürlich auch insbesondere durch die Corona-Zeit sehr stark gezeigt, dass man eigentlich Prozesse, die vorher schon existiert haben, in analoger Form dann mehr oder weniger schlecht oder gut digitalisiert hat. Der klassische Unterschriftenlauf, was dann zu solchen Stilblüten geführt hat, dass man dann irgendwelche Unterschriften auf auf Zettel gesetzt hat. Sie wurden dann eingescannt und weitergeschickt. Also wo wir uns jetzt tatsächlich auch bemühen im Nachgang, soweit es immer möglich ist, dann auch eine wirkliche digitale Transformation zu schaffen, um die Effizienzen zu steigern, um auch die hybride Arbeitswelt besser unterstützen zu können. Da hat sich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr viel getan bei uns. Ja, Herr Schienagel, viele europäische Unternehmer haben in den letzten Jahren Abteilungen für Digitalisierung gegründet und Innovationsprozesse effizienter gestaltet. Sie kooperieren mit Startups, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Aus der Sicht der Wirtschaftskammer genügt das, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden? Nein, das glaube ich nicht. Also nur die Einführung eines CDOs, eines Chief Digital Officers, ist es glaube ich nicht. Denn man muss den Gesamtprozess und auch quasi sozusagen die Problematik, die gerade in den letzten Jahren seit 2020 auf uns zugekommen ist, nämlich diese digitale Disruption. Niemand hat mit der Corona-Pandemie gerechnet. Niemand hat damit gerechnet, dass quasi sozusagen von heute auf morgen wir ins Homeoffice gegangen sind. Wir haben Strategien beschleunigen müssen, zum Beispiel die Strategie der Hybridisierung, nämlich dass es zu einer Präsenz- und Homeoffice-Arbeit kommt. Also sich nur auf quasi sozusagen die Digitalisierung mit neuen Funktionalitäten zu beschränken, ist zu wenig. Auch quasi sozusagen, natürlich die Startup-Szene hat sich unglaublich dynamisiert, hat auch Innovationen und digitale Transformationen gebracht. Aber die quasi sozusagen alte Arbeit eines Chief Information Officers ist natürlich sozusagen geblieben. Nämlich es ist sogar so, dass der Chief Information Officer näher quasi in das Board of Directors gerutscht ist, weil quasi die Gesamtausrichtung einer Unternehmensstrategie ganz stark von der Digitalisierung abhängt. Danke. Herr Schottmeier, die Frage, die ich an Sie richte, ist eine ähnliche wie an den Herrn Schienagel. Sind Sie bei Haker Küchen schon für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet? Also ich würde sagen, wir sind traditionell immer bei dem dabei, dass wir bestätigt Erweiterungen durchziehen. Das ist bei uns Firmenkultur. Wir sind im Bereich von Verwaltung und Produktion relativ gut auch schon dabei, dass wir viele Sachen digital abarbeiten. Was Produktion betrifft, sind wir auch noch relativ stark papierverliebt, sage ich einmal. Das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall ein Thema sein, das bedeutet, dementsprechend uns konzentrieren auf das, dass die Informationen gezielter zu den Personen kommen und einfacher abrufbar sind zu dem Zeitpunkt, wo man das braucht. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, auch KI-Module zu integrieren. Da gehe ich davor aus, dass wir diese Technik innerhalb von 2022 fertig kriegen. Wir müssen uns in Folge dann beschäftigen mit dem, dass wir da Kompetenzen erlangen. Und ich gehe davor aus, dass wir Anfang 2023 dort schon dementsprechend den ersten Nutzen aus dem Ganzen ziehen. Wir haben auch im Vertrieb digitale Geschichten implementiert. Das ist jetzt relativ frisch und wir machen das selber jetzt gerade für Montage und Montageplanung. Okay, danke. Sie haben das Stichwort gegeben, Herr Schaubmeyer, künstliche Intelligenz. Angeblich werden die 20er Jahre das Jahrzehnt der künstlichen Intelligenz. Wie sehen Sie das, Herr Hitz, und was bedeutet das für Ihre Firma? Die KI sehe ich in einem klassischen Produktionsunternehmen wie der Spanset eigentlich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Grundsätzlich, aber generell gesagt, sehe ich bei KI, also ich bin hier vorsichtig, optimistisch, kritisch. Ich denke, das Grundproblem von KI ist, dass wenn die Datenvolumen so groß werden, dass der Mensch nicht mehr den Output wirklich kontrollieren und überwachen kann und wir uns dann darauf verlassen müssen, dass die KI das macht, was sie soll, wird für mich die, es gibt so eine Abhängigkeit, in die wir uns begeben. Und das Worst-Case-Szenario für mich ist ein bisschen, dass man jetzt daran ist, Superintelligenzen zu entwickeln, die dann intelligenter sein sollen als der Mensch. Und da zu der Thematik gibt es ja diverse Science-Fiction-Filme, die da so Endzeit-Szenarien skizzieren, wo dann die Maschine Herr wird, über die Menschen regiert. Das ist ein schwieriges Thema. Die einen sind sehr pro KI oder die anderen sind total dagegen. Wir werden sehen, wo uns das hinführt. Schauen wir mal. Dankeschön. Herr Kühn, wie sieht es mit Ihrer Einschätzung in Bezug auf künstliche Intelligenz für die Firma Otis aus? Also bei uns wird künstliche Intelligenz tatsächlich schon eingesetzt. Es geht natürlich insbesondere darum, die Aufzüge zu steuern. Beispielsweise geht es darum, zu erkennen anhand von Mustern, wo wird die Aufzugskabine zu welchem Zeitpunkt stärksten nachgefragt. Klassischerweise im Bürogebäude sind das natürlich die Zeiten zwischen 7 und 9 und dann irgendwie ab zwischen 15 und 17 Uhr wird es dann eher auf den oberen Etagen gebraucht. Da haben wir tatsächlich schon relativ auch robuste KI-Algorithmen entwickelt. Nicht wir persönlich in Österreich, sondern es sind natürlich Maßnahmen, die im internationalen Umfeld durchgeführt werden. Aber da sind wir tatsächlich schon relativ stark dabei, auch was unsere Produktlinien anbelangt. Auf der einen Seite gibt es natürlich die alten Aufzüge. Es gibt ja Aufzüge, die schon mehrere Jahrzehnte zum Teil alt sind, natürlich immer modernisiert worden sind, dass die dann auch mit entsprechender Sensorik ausgestattet worden sind in der Vergangenheit und auch aktuell ausgestattet werden, damit wir dort entsprechende Algorithmen auch abbilden können. Auf der anderen Seite gibt es seit vergangenem Jahr eine komplett neu entwickelte Aufzugslinie. Die nennt sich Gen360. Das ist unser aktuellstes Modell, was wirklich auch ganz klar mit diesem KI-Hintergrund, mit diesem IoT-Hintergrund auch wirklich entwickelt worden ist, wo die Anzahl der Sensoren dann nochmal deutlich höher ist, damit wir dann letztlich auch in der Lage sind, auch unseren Kunden ein noch besseres Ergebnis zur Verfügung zu stellen, ein noch besseres Produkt zur Verfügung zu stellen. Denn das, was man letztlich von einem Aufzug erwartet, ist, dass man möglichst sicher ankommt, um nicht zu sagen sehr sicher ankommt. Und auf der anderen Seite natürlich, dass man möglichst wenig Zeit vor dem Aufzug verbringt und letztlich auch möglichst wenig Zeit im Aufzug verbringt. Und da spielt bei uns KI durchaus eine sehr, sehr relevante Rolle. Herr Schoptmeier, Sie haben das Thema angestoßen, das Thema KI in Ihrer vorigen Antwort. Inwieweit ist KI für die Firma Hacker Küchen ein vordergründiges Thema? Also grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass die KI momentan über steigerte Erwartungen erweckt. Und man muss ein bisschen aufpassen, was da alles versprochen wird und wie das Ganze dann auch tatsächlich zugeht. In unserem Bereich gehen wir jetzt einmal ganz klar auf den Informationsfluss in der Firma zu, dass die Benutzer sich selber Informationen zusammenstellen können und der Hand der Arbeit, die was die einzelnen Rollen heute erledigen, sie schnell zu Informationen kommen. In weiterer Folge, das ist zuerst auch schon mal gefallen, mit großen Datenmengen und so weiter, versprechen wir uns, dass gerade in Lageroptimierung und solche Themen wir tatsächlich auch Verbesserungen in unserem Bereich bekommen können. Herr Hintersteiner, welche Bedeutung hat ganz allgemein Innovation für Ihr Unternehmen? Gibt es bei euch Konzepte oder Strategien für den Aufbau digitaler Ökosysteme beispielsweise? Ja, natürlich und das eigentlich auch schon einige Jahre. Also jetzt hätte man gesagt, wir haben 2016 gestartet, eben dieses Thema digitale Speditionen zuzudenken, gemeinsam mein Kollege der CDO und ich. Und natürlich haben wir schon länger ein Kundenportal im Betrieb. Wir haben auch ein Portal für unsere Frechter und das ist schon ein kleines Ökosystem. Und digitale Spedition heißt natürlich, dass sie Kundenladungen auf der einen Seite mit Frachtraum auf der anderen Seite zusammenbringen. Dazu haben wir natürlich auch begonnen, 2017 mit dem ersten Data Scientist, den an Bord zu holen. Und mittlerweile sind in meinem Team mittlerweile sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umfeld von Data Science. Also ich möchte ein bisschen aufsetzen. Und sehr stark ist Innovation auch bei uns datengetrieben mittlerweile geworden. Es ist nicht nur ein Schlagwort data-driven, aber für uns zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ist Real-Time Visibility das Schlagwort für die Zukunft und estimated time of arrival. Denn jeder, für den wir Transporte durchführen, will am besten natürlich schon lange vorher ganz genau wissen, wann wir ankommen oder wieder abfahren eigentlich. Also ETA-Algorithmen sind schon einige Jahre live im Betrieb, entwickelt von Data Scientisten. Und wir haben dieses Service jetzt auch umgewandelt in ein allgemeines digitales Service. Wir haben ein eigenes Start-up in der Firma gegründet. Der Name ist WRU und dort verkaufen wir diese digitalen Services nicht nur an uns selber, an LKW-Walter, sondern auch natürlich an andere Teilnehmer in diesem Ökosystem und in der Branche. Durchaus auch die Möglichkeit ist, es auch an Konkurrenten anzubieten eigentlich, weil der Kunde sagt, eure Plattform gefällt mir so gut, aber zur Hälfte fahre ich mit euch, zur Hälfte mit dem DB Schenker. Könnt ihr mir nicht dieses Real-Time Visibility auch für die anderen Transporte zur Verfügung stellen? Kein Problem, rutet eine GPS-Daten an uns weiter und schon können wir dieses Service anbieten. Und dieser Schatz eigentlich, also wir haben sicher jetzt mehr als 20 Jahre GPS-Daten gesammelt von allen Transporten quer durch Europa, nicht nur eine Straßentransporte, sondern auch intermodal, das heißt auf der Bahn und auf der Fähre. Und das versetzt uns natürlich schon in die Lage, sehr viel mit Data Science dort zu tun. Und das ist ein Thema zur Innovation. Das andere ist zum Beispiel Automatic Pricing. Auch das ist ein Thema, wir gleichen Warenströme natürlich in Europa aus oder versuchen sie auszugleichen, indem wir halt immer genügend Retourladungen zwischen den Regionen versuchen zu finden. Und dort spielt natürlich das Thema Price eine wesentliche Rolle. Ähnlich wie bei Flugbuchungssystemen reagieren wir mittlerweile in Echtzeit auf Schwankungen in diesem Bereich. Und Innovation versuchen wir dahingehend zu fördern. Natürlich gibt es auch einen Innovation Manager. Ich sage immer Innovation und Managen, das ist eh schon der falsche Ansatz. Natürlich muss man es kanalisieren. Also es ist ein Kulturthema und wir versuchen immer mehr die Kultur und das Mindset dafür auch zu fördern. Und das gelingt uns natürlich auch nicht immer gut, weil wir sind viele, viele Jahre schon sehr erfolgreich. Und natürlich gibt es da auch ein gewisses Bewahrertum und Konservatismus innerhalb der Firma. Okay, Herr Schienagel, es gibt das Stichwort digitale Disruption. Wie sehen Sie dieses Thema aus der Sicht der Wirtschaftskammer für Ihre Mitglieder? Ein ganz wichtiger Begriff, digitale Disruption. Es kommt etwas quasi sozusagen aus dem Nichts, ist auf einmal da und man muss alles ändern. Pandemie ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch jetzt dieser unzählige Krieg in der Ukraine, der natürlich auch für uns in Europa gewaltige Auswirkungen hat. Und da muss man es natürlich relativ schnell sein und auch Gefahrenpotenziale sichten, bewerten, Risikomatrizen quasi sozusagen berechnen. Und ein Punkt, auf den ich ganz kurz hinweisen möchte, ist, wir haben auf der einen Seite seit 2017 unsere Cybersecurity-Hotline, wo quasi unsere 450.000 Unternehmen 24 Stunden anrufen können. Ich habe da einen Hackerangriff und so weiter. Aber es kommt etwas, eine ganz andere Gefahr auch auf uns zu, nämlich was passiert, wenn jetzt tatsächlich sozusagen Angriffe, auch militärische Angriffe auf Cloud-Centers kommen. Das heißt, es werden zum Beispiel aufgrund von Wirtschaftssanktionen nur als quasi Modell sich, muss man sich überlegen, was ist, wenn jetzt zum Beispiel drei der wichtigsten Google oder der wichtigsten Microsoft oder andere oder von A1 oder andere deutsche Cloud-Centers auch quasi sozusagen die redundanten Data-Centers zerstört werden, entweder durch Sabotage oder durch quasi sozusagen militärische Angriffe. Und was passiert dann? Wie schaut es aus? Wie kann dann ein Produktionsbetrieb weiterarbeiten? Was ist jetzt quasi die neue Bedeutung eines Rechenzentrums im Hause? Was bedeutet Redundanz? Wie gehen wir mit Backups um? Also diese ganzen Dinge sollte man jetzt neu beurteilen, neu bewerten. Alle, die ISO 27001 zertifiziert sind, also ein Informationsmanagement-Sicherheitssystem haben, können mit diesen Risiken und mit diesen Risikobewertungen ganz gut umgehen. Aber hier sind echte Disruptionen auf uns gekommen im IT-Bereich, die wir jetzt schnell abarbeiten müssen. Danke. Zurück kurz zum Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, künstliche Intelligenz hat sehr, sehr viel mit Daten zu tun beziehungsweise mit einer großen Menge von Daten. Und in Bezug auf Daten sind aus meinem Verständnis die europäischen Länder beim Schutz der personenbezogenen Daten im Vergleich zu beispielsweise USA ziemlich streng, vielleicht zu streng. Meinen Sie nicht, Herr Hitz, und ich spreche Sie jetzt auch als Europäer an, sollte es nicht einfacher sein, Daten zu nutzen bei gleichzeitiger Wahrung der Persönlichkeitsrechte, zum Beispiel bei medizinischer Forschung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz? Die DSGVO, die hier angesprochen wurde, wird ja auch per Januar 2023 in der Schweiz plus minus eins zu eins umgesetzt werden. Der Ansatz oder der Grundgedanke der DSGVO finde ich absolut legitim und es war nötig, dass hier ein Regelwerk erstellt wurde. Ich persönlich finde aber, dass das Regelwerk an gewissen Stellen schon ein wenig über das Ziel hinausgeschossen ist und wahnsinnige Aufwände verursacht in der Umsetzung. Zum Thema Medizin und der Lockerung des Umgangs mit persönlichen Daten ist ein anderer Showstopper die ethische Frage, also wie weit kann ich gehen, was ist ethisch noch vertretbar neben der Datenschutzgeschichte. Aber aus technischer Sicht wäre es manchmal schon wünschenswert, man hätte hier nicht die Regulierungen auf all diesen verschiedenen Seiten, also dem Datenschutz ethisch, überall die Leitplanken, die einem gelegt werden, führt zum Teil schon dazu, dass man nicht so innovativ sein kann, wie man eigentlich gerne würde. Okay, Herr Hintersteiner, wie sehen Sie, ich weiß, es ist ein gefährliches Thema, in der Öffentlichkeit dazu, die eindeutig Stellung zu nehmen, aber wie sieht es in der Walter-Gruppe aus mit der Nutzung von Daten, der Nutzung von personenbezogener Daten und dem Datenschutz? Also natürlich versuchen wir möglichst uns an diese Auflagen zu halten und ich sehe es natürlich auch zum Teil sehr skeptisch oder kritisch. Die Idee ist gut und es geht natürlich um den Schutz der personenbezogenen Daten. Ich persönlich finde die Umsetzung etwas schlecht gelungen innerhalb der EU, weil in Wirklichkeit meine personenbezogenen Daten stelle ich trotzdem wieder auf Google zur Verfügung, weil ich halt irgendwelche Dienste nutze und damit ist der Schuss ein bisschen nach hinten losgegangen. Also ich persönlich fühle mich nicht besser geschützt mit meinen persönlichen Daten jetzt, weil trotzdem die US-Firmen alle irgendwo Zugriff haben und ich bekomme auch als Firmenaccount jede Menge Spam-Mails nach wie vor. Ich kann mich zwar überall sofort mit Mausklick auswählen wieder und ein Opt-out durchführen, aber am nächsten Tag kommen wir ähnliche Firmen mit derselben Idee wieder und uns schicken die Spam-Mails. Natürlich geht es darum, jetzt kritischere Daten auch kritisch zu betrachten, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Wir schützen natürlich unsere Daten, wenn es um personenbezogene Dinge geht, weil wir natürlich aufgrund unserer Transportprofile auch wissen, welcher Fahrer vielleicht sogar dahinter ist. Aber manchmal ist es auch die Auflage des Kunden, der sagt, der Fahrer war schon zweimal bei mir an der Beladestelle, bitte schickt mir den nimmer, warum auch immer. Und auch das versuchen wir natürlich abzubilden, zum Teil auch anonymisiert. Also es gibt natürlich Mittel und Wege, auch solche Daten weiterzunutzen und sinnvoll zu verwenden. In Summe haben wir wahrscheinlich vieles übertrieben und auch ich oder wir haben genügend Aufwand für Dinge, die uns eigentlich keinen Nutzen und nicht weiterbringen und auch diese Daten nicht besonders mehr jetzt schützen in Wirklichkeit. Also Sie merken, ich bin sehr kritisch und skeptisch, was das anbelangt. Herr Kühn, sind Sie auch so kritisch und auch so skeptisch oder sehen Sie die Sache etwas weniger kritisch? Es ist tatsächlich etwas weniger kritisch. Also auf der einen Seite natürlich, wir haben auch deutliche Mehraufwände, was es jetzt einfach anbelangt, dann auch die Daten entsprechend konform zu löschen oder zu überschreiben. Und natürlich sind die Strafandrohungen, die dort verankert sind, natürlich auch erstmal ziemlich heftig. Das muss man, glaube ich, auch einfach so sagen. Also was dann da auch aufgerufen werden könnte im schlimmsten Fall, ist natürlich schon als drakonisch zu bezeichnen aus meiner Sicht. Aber ich sehe das durchaus auch als gut an, dass wir als Unternehmen gezwungen werden, uns wirklich auch darüber Gedanken zu machen, wie gehen wir mit personenbezogenen Daten um. Und das war vorher, glaube ich, so nicht der Fall. Jeder war sich darüber im klaren, mehr oder weniger ausgeprägten Ausmaße, dass man mit personenbezogenen Daten vorsichtig umgehen sollte. Aber wie das dann tatsächlich in den einzelnen Unternehmen ausgeprägt war, war sicherlich sehr individuell auch abhängig von den Personen, die dort entsprechend in Akteurstellung platziert waren. Und dementsprechend finde ich es gut, dass wir gezwungen sind, uns darüber jetzt einfach mehr Gedanken zu machen. Und natürlich kann man in andere Länder, in andere Erdteile schauen, wo es anders ist. Und auch bei uns im internationalen Umfeld wundert man sich beispielsweise schon auch, was in den USA alles an Daten erhoben werden kann, was in China auch an Daten erhoben werden kann, was bei uns in dieser Form gar nicht möglich wäre. Und wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass unsere personenbezogenen Daten nicht ohne weiteres auf US-Server gespielt werden, etc., etc. Also das sind auch durchaus Hemmnisse, die wir auch einfach im internationalen Umfeld sehen. Aber ich finde das tatsächlich nach wie vor einfach auch Vorteil. Und wenn ich, mache ich auch, wenn man seine Daten dann halt auch mit Apple oder Google oder wem auch immer teilt, muss man sich ja einfach nur darüber im Klaren sein, dass man das auf persönlicher Ebene halt entsprechend tut. Und ich glaube, heutzutage kann man sich eigentlich nur entscheiden. Will man seine Daten halt irgendwie in den USA geben, so Google oder Apple, oder möchte man sie halt lieber nach Südkorea geben oder möchte man sie nach China geben? Man muss sich da letztlich entscheiden. Im Prinzip sind unsere Daten ja sowieso überall. Aber dass wir als Unternehmen in Europa wirklich auch gezwungen werden, uns darüber Gedanken zu machen, halte ich erstmal für sehr, sehr, sehr sinnvoll. Okay. Herr Schaubmeyer, bei auch für Hacker Küchen ein Thema, Datenschutz, personenbezogene Daten vorsichtig zu behandeln? Ja, selbstverständlich. Also man muss da natürlich auch drauf schauen, dass die Daten geschützt werden. Und das ist auch generell ein notwendiges Thema. Das sagen eh die meisten Leute, okay, was soll es mit meinen Daten, wo die kommen und so weiter. Es ist oft angenehm, wenn die Daten verknüpft werden, da hat man Vorteile und so weiter. Aber das kann auch gar nicht so schön ausgehen. Aus Firmensicht ist die DSGVO aber schon auch durchaus ein Ebennis in der Kommunikation mit den Kunden und so. Und ich finde auch, dass kleine und mittlere Betriebe überproportional von Bürokratie betroffen sind. Und man sollte möglicherweise die Verwendungszwecke von den Daten ein bisschen besser granulieren und gezielt auf die Verwendung von den Daten eingehen. Es sollte schon so sein, dass eine Firma in einem ausgewogenen Maß an einen Interessenten oder an einen Kunden herantreten kann, ohne gleich eine Abmahnung riskieren zu müssen. Das in eine Verordnung zu bringen, ist sicher nicht leicht. Aber es gibt keinen Grund, dass man es nicht weiterentwickelt bestätigt. Herr Schienagel, das Thema Datenschutz, DSGVO, ist auch ein Thema, das großen Platz auf der Wirtschaftskammerseite findet. Inwieweit besteht in Österreich großer Bedarf an Beratung in dieser Geschichte? Ja, das glaube ich schon. Also wir nehmen natürlich als Wirtschaftskammer alle Gesetze sehr ernst, haben sie auch begutachtet und auch sehr kritisiert. Aber ich muss jetzt sagen, nach doch ein paar Jahren, DSGVO ein großes Lob an unsere Behörde, die nämlich mit Augenmaß diese ganzen Sachen betrachten. Es ist so, dass der Herr Professor Polira in den 70er Jahren ein Datenschutzgesetz sehr stark mit quasi sozusagen beeinflusst hat. Teile hat er geschrieben. Und nur das hat in den letzten Jahrzehnten bis zur DSGVO kaum jemanden interessiert. Uns als Wirtschaftskammer schon. So richtig zum Thema ist es geworden durch die EU und auch durch diese drakonischen Strafen, die heute schon erwähnt wurden. Aber unser Ansatz war quasi beraten, Sie haben das eh gesagt, beraten statt strafen. Und wir quasi sozusagen versuchen auch tatsächlich mit unserer Organisation immer wieder darauf hinzuweisen, was sind die wirklichen quasi sozusagen Vorteile für den Datenschutz. dass gerade, wo man jetzt wie man ja in Kärten auch sieht, ein Missbrauch durch die Hacker-Szene hier an die Oberfläche kommt, der ja unglaublich ist. Wir als Cybersecurity-Hotline kennen natürlich auch diese ganzen Probleme, die da kommen, wo man dann sofort einen Data-Bridge auch melden muss und so weiter, wo man dann auch klarlegen muss, hat man auch tatsächlich quasi sozusagen diese Datenklassifizierungen, die übrigens schon in den 70er Jahren in den Mustervorlagen drinnen waren. Also Österreich war eigentlich der Vorreiter mit dem Datenschutz und jetzt muss man das einfach leben. Und ich kann nur allen Unternehmen sozusagen zwei Sprüche ins Stammbuch schreiben. Bitte nehmt in erster Linie mal die Security ernst. Schaut, dass quasi sozusagen security-mäßig ihr das Unternehmen wirklich auf einen Stand bringt, wo quasi sozusagen einfache Hacker-Angriffe nicht mehr so leicht möglich sind. Und das Zweite ist, also das heißt, man soll auf alle Fälle einen Datenschutzbeauftragten, auch wenn man sozusagen nicht unbedingt vom Gesetz jemanden dafür braucht, aber man soll sich hier beraten lassen. Man soll hier externe Datenschutzbeauftragte auch nehmen. Und wenn die Firma ein bisschen größer ist, ist es absolut notwendig, sich auch zu einem CDO, zu einem Chief Digital Officer, auch einen CISO, einen Chief Information Security Officer zu installieren. Das sind ganz wesentliche Innovations- und Sicherheitsaspekte für die IT der Zukunft. Danke, Herr Hitz. Im Zuge der Digitalisierung und der Maßnahmen zur Digitalisierung einer Firma kann es passieren, dass Fehler gemacht werden. Ja, die Fehlerkultur ist in Österreich keine besonders gute. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht, aber ganz prinzipiell glaube ich, dass die Europäer in Sachen Fehlerkultur weniger tolerant sind wie beispielsweise die Amerikaner. Wie kann man beispielsweise bei Spanset, wie geht man dort mit Fehlern um und ist es erlaubt, Fehler zu machen? Wir sind in der Schweiz, würde ich sagen, bezüglich dieser Try-and-Error-Kultur ein wenig liberaler wie unsere Nachbarländer. Wir sind ja im Moment dabei, seit 2020 im Rahmen der digitalen Transformation auch verschiedene neue Werkzeuge auszuprobieren und zu testen. und da passieren natürlich auch Fehler in dem Sinn, dass man dann nach kurzer Zeit merkt, das ist jetzt doch nicht der Weg. Also ich denke, man muss ein bisschen hier über seine eigenen Grenzen springen und Sachen ausprobieren und auch halt riskieren, dass man den einen oder anderen Fehlentscheid macht, wenn man die Innovation vorantreiben will. Anders wird es wirklich schwierig, weil in der digitalen Transformation alle Schritte vorausberechnen und vorauszusehen zu wollen, wird einfach wahnsinnig schwierig und verlangsamt den ganzen Prozess. Von dem her sind wir hier vorsichtiger unterwegs wie die Amerikaner, aber wagen uns schon ein bisschen aus dem Fenster hinaus. Der Herr Kühn hat gelächelt zu einer Aussage vom Herrn Hitz. Herr Kühn, wie schaut es bei euch aus? Bei uns hat sich das, glaube ich, auch sehr stark gewandelt. Auf der einen Seite sind wir ein US-amerikanisches Unternehmen, was vielleicht auch dazu beiträgt, dass es bei uns schon auch eine, wie ich finde, sehr positive Fehlerkultur gibt. Das wird bei uns aber auch nochmal dadurch verstärkt, dass unser Managing Director, der von mir sehr geschätzt wird, das tatsächlich auch allen Mitarbeitenden auf den Weg macht, gibt. Also macht Fehler, das gehört dazu. Es ist nicht gut, den gleichen Fehler zweimal zu machen, aber Fehler gehören dazu. Gerade in der heutigen Arbeitswelt, ob man die als VUCA bezeichnen will oder welche Begriffe auch immer so rumschwirren, glaube ich, ist es auch unabdingbar, dass man halt auch Fehler macht. Es gibt natürlich einige Systeme, da sind keine Fehler gestattet. Beispielsweise dürften wir uns das jetzt nicht erlauben, dass ein Aufzug einen gefährlichen Mangel aufweist. Das ist dann wiederum auch noch ein anderes Fehlerniveau. Aber wenn man auch betrachtet, wie viele Menschen wir täglich befördern, das sind nämlich insgesamt zwei Milliarden jeden Tag, ist die Anzahl an Unfällen da schon als sehr, sehr gering einzustufen. Und natürlich sind wir auch sehr bestrebt, auch die Fehler der Monteure auch einzuschränken. Denn das Allerwichtigste für uns alle muss es sein, dass unsere Kollegen jeden Tag sicher nach Hause kommen. Da sind also wirklich auch Fehler dann einfach auch schwierig. Und da gibt es natürlich auch Maßnahmen, die insbesondere die Monteure betreffen. Mir im Homeoffice oder im Büro kann relativ wenig passieren, aus dem, dass ich mir die Finger breche beim Tippen. Aber da ist natürlich ein Monteur ganz anderen Gefahren auch ausgesetzt. Aber generell ist bei uns wirklich eine sehr, sehr positive Fehlerkultur, die ich auch seit meinem ersten Tag bei Otis auch so wahrgenommen habe und die ich natürlich auch an meine Mitarbeitenden weitergebe. Also auch denen gebe ich viel Verantwortung in die Hand und sage ihnen auch, wenn ihr Fehler macht, dann ist das in Ordnung, gehen wir damit offen um, sehen zu, wie wir das ausbügeln können, stellen sicher, dass diese Fehler dann nicht normal passieren. Aber das finde ich ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, auch den Leuten auch wirklich auch Verantwortung zu geben, auch die Selbstwirksamkeit zu erhöhen und dazu gehören einfach auch Fehler. Das ist ganz normal. Auch ich mache Fehler. Ich ärgere mich dann immer sehr, sehr drüber, aber ich versuche niemals diese Fehler unter den Tisch zu kehren, sondern ich gehe damit dann offen um. Ich ärgere mich meistens viel mehr als jeder andere in meinem Umfeld, der vielleicht diese Fehler auch gar nicht als solche erkennt. Gut, dann kann ich die Nacht schlecht schlafen, aber dann ist auch wieder alles in Ordnung. Aber ich finde einfach, das gehört auch zur heutigen Arbeitswelt dazu. Ich glaube, wir sind so vielen äußeren Einflüssen heutzutage ausgesetzt, da kommt es einfach vor, dass man Fehler macht. Und ein Unternehmen tut gut daran, aus meiner Sicht, den Leuten halt auch die Möglichkeit zu geben, mit diesen Fehlern einfach auch offen umzugehen. Ich glaube, das führt ganz, ganz, ganz stark zu einem kollegialen Umfeld und das führt auch ganz stark dazu, dass man halt auch tatsächlich auch mutiger agiert. und das finde ich ist heutzutage auch etwas ganz, ganz Wichtiges, insbesondere in der digitalen Welt, auch zum Teil natürlich regelkonform, gesetzekonform, da muss man keine Abstriche machen, aber dass man tatsächlich auch teilweise mutig Entscheidungen trifft, was insbesondere die digitale Transformation anwirkt. Themenwechsel beziehungsweise Überleitung zum Thema IT-Fachkräfte. Vielfach werden in Europa, ganz allgemein, in Österreich kenne ich die Zahlen, es sind zigtausende IT-Fachkräfte gesucht. diese IT-Fachkräfte innerhalb Europas gehen sehr oft leider nicht nach Österreich oder bleiben nicht in Europa, weil man woanders bessere Bedingungen vorfindet, wie zum Beispiel Gehalt oder Aufstiegschancen, interessante Aufgaben etc. Herr Schaubmeyer, wie sehen Sie das für die Firma Hacker Küchen? Haben Sie auch Probleme IT-Fachkräfte zu rekrutieren? Ja, selbstverständlich haben wir die Probleme auch. Wir sehen überall das selber letztendlich. Es ist schwierig überhaupt Fachkräfte zu kriegen am Markt, es gibt immer wieder Wege, aber man muss sich besonders anstrengen bezüglich Fachkräfte aus anderen Ländern. Da sollte man vielleicht einmal ausschauen, ob die Zugangsbeschränkungen für den österreichischen Oralsmarkt dementsprechend passen, weil an andere Oralsmärkte ist es ein bisschen einfacher, dass man darauf zubekommt. Ich bin nicht der Meinung, dass die Bedingungen innerhalb der Unternehmen nicht so groß unterschiedlich sind, weil da ist jedes Unternehmen sein eigenes Glückes Schmied, dass man das dementsprechend setzt und man muss da einfach schauen, dass das von der Seite näher passt. Ich glaube aber auch, dass wir innerhalb Europas dementsprechend eine Ausbildung brauchen für die Leute, dass wir dementsprechend auch Fachkräfte im Nachwuchs haben. Herr Hietersteiner. Ja, ähnlich. Natürlich haben wir auch Probleme und ich merke natürlich Rahmenbedingungen wichtig, also viele Themen, die jetzt Corona mit sich gebracht haben oder nur verstärkt haben, wie Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten. Und natürlich auch ist das Thema Gehalt wichtig, aber es ist eher immer nur kurzfristig gedacht, meiner Meinung nach. Wir setzen schon sehr Wert darauf, auf Firmenkultur, Purpose, Zweck und auf der anderen Seite, aus der IT heraus, denke ich, gelingt es uns noch immer ganz gut, Fachkräfte zu uns zu holen, weil wir mit Technik punkten. Also die jungen ITler, die interessiert natürlich speziell Technik, alles was irgendwo geile Technik dahinter hat, egal ob das jetzt Continuous Integration, Continuous Delivery, agile Entwicklung, Apache, Kafka, Streaming, Technologien, all diese Dinge versetzen dann schon Leute auch in die Lage sogar quer gegen den Strom von Wien raus zu uns in den Süden von Wien zu fahren, obwohl es natürlich auf der Tangente schwierig ist und all diese Dinge, aber natürlich haben wir auch viele Jahre schon Erfahrung auch in der Spedition Fachkräfte aus allen möglichen Ländern zu uns zu holen, wir wollen die Sprachen bei unserem Standort sprechen, wir haben gute Kontakte zu allen Unis in ganz Europa eigentlich und dort gelingt es uns auch natürlich immer wieder jemanden zu uns zu locken und wie gesagt Geld und Gehalt sehe ich als sehr kurzfristig und momentan geht das eh alles durch die Decke völlig verrückt, die jungen Leute haben keinen Boden mehr eigentlich und das wird uns alles natürlich wieder mal einholen und zu meinem Vorreden auch wir beginnen natürlich immer mehr ganz junge Leute zu holen und die selber natürlich weiter oder auch auszubilden abseits von den Unis oder von den HTLs eigentlich. Herr Schenagel, was bietet die Wirtschaftskammer im Bereich IT-Fachkräftemangel den österreichischen Unternehmern? Ja, ein großes Trauerspiel, allein in der Steiermark fehlen 60.000 IT-Fachkräfte. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das in ganz Österreich ausschaut. die Firmen sagen uns, wir nehmen jeden und bilden den dann selber aus, also nur, dass sie quasi sozusagen dann irgendwo, also die innerbetriebliche Ausbildung hat eine Renaissance erfahren in den letzten Monaten und letzten zwei, drei Jahren, aber da gibt es natürlich eine große Geschichte, wir haben versucht natürlich mit unseren Fachhochschulen, mit den Universitäten, auch im Wifi hier quasi Karrierepläne zu schmieden, für diese fehlenden Fachkräfte, aber es ist einfach zu wenig. Intern sehen wir auch sozusagen, haben wir auch große Probleme, wir brauchen Field Engineers, Medientechniker und, und, und. Das kommt natürlich dann zu einer Arbeitsverdichtung der noch verbleibenden sozusagen bei uns in unseren Reihen, ist aber in allen Firmen eigentlich so und da braucht man eine gute Firmenkultur, dass auch tatsächlich die Menschen dann unter Anführungszeichen Unglaubliches leisten, damit quasi sozusagen der Betrieb erhalten bleiben kann. So, zum Abschluss noch die Frage an den Herrn Kühn und an den Herrn Hitz, wie Sie mit dem Problem des IT-Arbeitskräftemangels umgehen. Ich könnte mir vorstellen, bei der Firma Otis ist es als internationale Firma ein bisschen leichter als bei einer nur lokal ansässigen Firma. Herr Kühn, wenn Sie noch beginnen, bitte. Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich etwas leichter ist, bei uns und ich muss tatsächlich sagen, dass wir auf lokaler Ebene den Vorteil haben, dass wir eine sehr, sehr geringe Fluktuation haben, was das Personal anbelangt, insbesondere in der IT. Mein Vorgänger hat mit 16 Jahren bei Otis begonnen und ist mit 62 Jahren bei Otis ausgeschieden und das ist nicht der Einzige. Also es ist tatsächlich eine Firma, bei der viele Leute auch sehr lange arbeiten, was natürlich in einigen Bereichen mag es anders sein, aber für die IT- bezogen, muss man ganz klar sagen, dass es eine geringe Fluktuation gibt und ich glaube, jedes Unternehmen tut gut daran, ihre Mitarbeitenden pfleglich zu behandeln, weil das einfach die Anzahl der Rekrutierungsprozesse dann halt auch minimiert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass die Unternehmen sehr, sehr stark auch in die Beziehungen zu ihren Kollegen investieren sollten, aber natürlich trifft uns der Fachkräftemangel, das ist gar keine Frage, nicht nur im Bereich der IT, auch in anderen Bereichen. Als internationales Unternehmen sieht man allerdings schon auch ganz klar eine Outsourcing-Thematik, wo natürlich insbesondere viel auch nach Indien verlagert wird. Viele Berater, die wir haben, aber auch intern, beispielsweise Cybersecurity, sind tatsächlich auch in Indien angesiedelt, wo man leichter, wie wir alle wissen, auch auf Fachkräfte zugreifen kann. Also von daher ist das bei uns sicherlich weniger stark ausgeprägt, aber die Probleme treffen uns natürlich schon auch auf lokaler als auch auf internationaler Ebene. Okay, Herr Hitz, Sie haben den Anfang gemacht, Sie machen auch den Abschluss. Wie sieht es bei Spanset mit dem IT-Fachkräftemangel aus? Ja, vieles wurde schon gesagt. Eines der Kernprobleme ist ein bisschen ähnlich wie damals, als man überall PC-Supporter gesucht hat. Viele Jobs oder Stellen wurden erst geschaffen und logischerweise gibt es hierfür Weltweit natürlich zu wenig Leute, die diese Stellen befüllen könnten. Und wir haben als Spanset Gruppe, die auch global tätig ist, natürlich überall auch dieses Problem, dass wir immer wieder mal eine Stelle zu besetzen haben in dem Bereich, wo man dann einen Moment suchen muss. Was will man tun? Die guten Leute gehen natürlich dahin, wo die guten Jobs sind, ist ein ökonomischer Grundsatz Angebot und Nachfrage. In der Schweiz gibt es da auch Bemühungen von Hochschulen und Fachhochschulen hier für Nachwuchs quasi zu sorgen. Wir hoffen auch, dass das in den nächsten Jahren dann zu einer Besserung kommen wird. Aber stellen wir so auch fest, dass es nicht so einfach ist und man bemüht sein muss, wie vorher schon richtig gesagt wurde, dass man die Leute, die man hat, dass man die danach behalten kann und die auch bleiben wollen. Okay, dann bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke an die Teilnehmer der Podiums Diskussion für ihre sehr interessanten und informativen Statements und ja, wünsche weiterhin viel Spaß bei den Praxistagen 2022. Danke meine Herren. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke.